Jetzt live mit Fiebern, bei der CEO der Lottozahlen, nur auf Lotto.de Samstag, der 6. August, schönen guten Abend, willkommen zur CEO der Lottozahlen, wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken, schön, dass Sie mit dabei sind und ja, alles ist ordnungsgemäß überprüft, wir können also loslegen, Ihnen allen an dieser Stelle jetzt, viel Glück! So, erst noch da, unser Techbox, der natürlich ist auch heute die heißen, heute geht es mit den 6 Richtigen und der kostet den Weg jetzt mit den 5 Millionen Euro und die Erste, die wird natürlich schon mit dem Schwerden, ob Sie der heute mit dem Rennen sind in unserem Techbox. Die Erste ist die 1. Die Erste ist die 30. Die Erste ist die 25. Die 24. Glückwunschung! Ein und zwei. Die sind jetzt von der Brünnungs-Wertig und jeweils 100 Euro pro Tag. Die Brünnungs-Wertig und jeweils 100 Euro pro Tag. Weiter geht's mit der 8. Und die Suche in Brandenburg sind perfekt. Ich bin seit Jahren 23.4 Millimeter her. Nur wie hier unseren Jackpot geknackt hat, der hat sich in unserem Wochengang nicht gebildet. Vorletztes, die 46. Tatsächlich überlegt hat er für die 46. Er hat sich in unserem Wochengang mit einem Verlebnungs-Wertig. Hat er jetzt aber doch gedacht. Er hat sich in unserer 60-Fraktion investiert in einen Big-Tag. Der letzte für heute ist die 16. Das hört sich immer so einfach an, aber irgendwie klappt's dann doch nicht. So, das waren sie jetzt gerade noch mal hier in einer Reihe, die sechs Richtigen am heutigen Samstag. Und jetzt geht's natürlich in die nächste Runde. Wir kommen zur Erziehung der Superzahl. Ich drücke nochmals die Daumen Ihnen ein. Viel Glück! 5 Millionen Euro, die warten in unserem Jackpot 6 aus 49. Sechs richtige Plus-Lipper-Zahlen braucht es wie immer dafür. Und gucken wir mal, ob vielleicht zu Ihren sechs Richtigen jetzt eine Prokasse-Lipper sind. Das ist heute die 7. Das könnt ihr noch mal in Ruhe mitschreiben. Hier sind nochmals alle Gewinnzahlen. Das sind mal die Lottozahlen in richtiger Einfolge. 1, 8, 16, 27, 30, 46 und die Superzahl 7. Jetzt noch die Gewinnzahl der Zusatz-Lotterien. Super 6, 4, 9, 0, 4, 4, 4 und noch die Gewinnzahl im Spiel. 7, 0, 2, 9, 9, 0, 9, 5. So, das war's. Das war Lotto am Samstag. Alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie natürlich bei uns im Internet wie gewohnt auf Lotto.de. Quoten natürlich erst am Montag. Die nächste Chance, die gibt's wie gewohnt. Kommende Mittwoch, 18.25 Uhr. Wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Machen Sie es gut.